Alter. Ach Basti. Ich bin lahm. Hier ist einfach mit meiner Rüstung zum Schrotthändler. Tschüss, okay. Wenn er mich anschießen sollte, dann reg' mir um und gib' den Headshots. Ich geh' mit meiner Thompson und meine Thompson mit mir. Da oben, da läuft ein Gegner und ich kill' ihn einfach Headshot. Ich hab' nen Versorgungskist. Das ist ein Lied, Basti, ganz ruhig. Hab' ich dich getroffen? Nein, hast du mich getroffen? Nö. Okay, die ist sehr unpräzise. Au! Hab' ich dich getroffen? Ja. Nein. Ich hab' noch eine Minute Dings. Sniper. Also ich bin noch eine Minute Target und du? Nö. Du hast mich halt getroffen, du Eumel. Ja. Finde ich gut, dass ich mal immer... Ah, jetzt kann ich wieder zielen. Du bist doch ganz schön nackt, ich... Du bist tooooot. Wo ist er gestorben? Am Arsch der Welt, da ist er tot. Am Arsch der Welt, da ist er tot. Hab' den Müllrat, da Müllrat, bumm. Nimm mir jetzt mal einen Kondomanzug an, Alter, ganz ehrlich. War da ein Gegner, oder was? Nein. Schade. Bist du an deiner eigenen Dummart gestorben? Nee. Weil die Schall... Weiß einfach... Hastest du dein ganzes Zeug mitgehabt? Ja. Mein Thompson und alles. Oh, sehr gut. Das ist echt dumm. Okay, das hat sich wohl erledigt, jetzt mit dir tschööö. Ja, entbannen dich aus dem Haus. Oh, scheiße. Wir bannen dich nicht entbannen. Wir entbannen dich aus. scheiß mal was ich meine ich muss ich jetzt mal wieder munition haben was ja ja und warum fragst du mich dann nicht die 300 schuss gehören mir wirklich okay man scheiße ich hab die ins getrockten mit meiner schaut kann man meine schotten mit mir da vorne läuft der team und der krieg des gleichen headshot habe mir ab und mir ab um ich muss gesangskünstler werden oder der dumm schiff was hat denn der anlass hier kraftstoff ich bedanke mich zum schiff dann essen ich finde das sehr gut okay ich habe 200 metallschraub bekommen das ist doch gut aus 20 zahnrädern mich nicht geht aus wie gehen nach haus bastio basti lein nicht geht aus wie gehen nach haus bastio basti lein die mich stimmt und willst du also mein lieber herr gesangsverein rot licht visier und leckt mich hast du nicht schon wie sie gehabt selbstgemachten aber das ist ja mal übelst besser kann ich ein wenig ein altes haben ja aber warte mal vielleicht kann ich das sogar schon machen würde 125 metallschrott kosten das zu furchten ich bin da ich habe auch so ein lootshop den gefunden leute wenn man einen lootshop anfordern kann wir das auch machen hier bernie hier bernie warte sofort und da unter dir ist meins hier was sie in der mensch einer danke die eine oder keine für keine an der folge ich liebe in der bau für können so war damit hat er eigentlich hier in den drinnen weil du mit toll ich bist das klingt sehr mit halle was das habe ich auch eine volle vollständige panzer wasch würdiger also an sich kostet es halt echt nicht so wie sie hier wollte der moris nicht irgendwie gleich doch vollkommen weiß ich nicht hat er ja geschrieben wann ich bin ich bin gepanzert ich habe so eine lootshop granate gefunden und es kommt da irgendwas runter wenn ihr gib mir mal ganz kurz moni dann kann man hin ich weiß aber jetzt nicht ob das so besonders ist aber das ist Pistolemonie halt ich dachte es gibt mir eine andere hä der ganze halt wieder haben ach bernie kann es mir dann auch mal ein bisschen Pistolemonie geben ich brauche halt die andere hab ich nicht ich brauche und doch haben wir auch oh mein Gott ich brauche zwölf hochwertiges metall und ein oh technik strott haben wir nicht mehr doch doch und doch haben wir auch hochwertiges metall ja hab ich ich hab drei stücke los guck 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 wie viel äh 24 hier ja ooooh was hast du jetzt da da wird geschossen nur ich nur ich so Reflekt Visier ist in der Mache für mich oder was für uns beide da kommt ja schon das Flutze haben wir noch mehr Schrott? ich hab dir alles vergeben was ich hatte ich hab dir auch alles gegeben also minderen Schrott also hochwertiges hochwertiges metall wie viel 8 äh 16 ja ist ja wohl da gerade Flugzeug und oh jetzt kommt es runter so einmal einfach in deine Waffe reinziehen zack ja das ist gut das ist sehr gut das ist sehr gut das krieg das du kriegst sogar Buff auf deine Waffe dann echt oh nein die Mündungsbremse nicht drauf tun warum das Debuff deine Waffe ja zu Tode ja komm nur schalte ein paar drauf ja lass drauf schalte ein paar unter was du mir gegeben hast ja ich brauch halt Gewehr Muni das ist halt das was wir auch weil wir machen müssen das nicht Gewehr Muni hab ich nicht wie weit bist du denn jetzt bei den Dingen bei der 2 bei welchen meinst du 1 oder bei der 2 2 2 2 Alter du bist ein Trottel ne du kannst grad im Reflex wie sie hast du grad machen können jetzt ne du kannst die normale Munition machen weil die 2 davor ist das ist die 5.56 Munition hä das ist die für Gewehr 5.56 Munition da bin ich nicht das ist 2 über Reflexivisier das musst du haben wenn du Reflexivisier machen konntest nein Reflexivisier hab ich jetzt erforschen können ach so ach so ja ja ich dachte du hast den ganzen Weg über gemacht hm aber die kann ich anloggen die kann ich jetzt machen so war sie das wäre so wichtig 10 Metallfragmente und 5 Schießpulver 10 Metallfragmente und 5 Schießpulver 10 Metallfragmente und 5 Schießpulver das ist noch gebrannt das schwefeln das ist noch ein Ofen das ist noch gebrannt wir hatten nur das was in der Küste neben dem Ofen war und im Ofen oder? ok also mehr hab ich dann gesehen das ist jetzt nicht so viel leider beim schwefel aber was solls wenn ist das was noh geht ach so warte mal hattest du Metall Dings noch? ja ok äh nein also muss ich jetzt doch besorgen noch ja wie viel waren das wie viel brauchst du? ne hast du was gedroppt? ich hab den nur das schwefel und das holz kollege ja dann brauch ich noch ja ja wieviel du brauchst hm das sag ich dir sofort oder? ich bringe einfach 200 mit oder? ja jungen junge ja ich hab ne zu viel bekommen wo 500 schaden macht das leute war es dann wieder komplett war das Zeit gesteuerte? ne das richtig hat zu viel oder eine zweite zeitgesteuerte muss 500 schaden machen ja ja also dass die base weg sprengt von denen und ich habe noch was bekommen so warst du deine munition ist jetzt am fertigen ich habe auch endlich kriegst du mal ich weiß nicht wie lange es noch dauert bis wir für mich noch ist ja auch mehr also wenn du vier blech hast da kann ich will ich eine ganze russer machen wollen wir noch auf die sparen oder was wir sie aufmachen da ist schon mal ein bisschen muni für dich gewesen ich habe auch noch eine waffe gefunden schrank ist aber auch was schon war das wie sie ist so geil alter alter jetzt jetzt kann ich ein mit dem es wird das heißt mit der panzerung zu enden da kann man nicht sicher ich glaube bei dem brustpanzer mit mir was anderes was gibt es denn da so starkes für die brust metallbrust ich habe nochmal 34 hochwertiges metal gefunden oder aus dem lootjob bekommen ach das karabinergewehr das unter dem unter der a karte karabinergewehr soll die sniper sein war das kannst du hast diesen blut als borger gefunden in einer kiste wahrscheinlich ist das voll selten oder so in einer köln spiel 4 minuten und führt schon 1 0 ist klar da keine ahnung wollen wir da jetzt hin oder wollen wir jetzt noch die rüstung für mich fahren bei mir ist es egal für welcher holt ihr hin zu der einen großen hier bei h5 im wasser die die uns abgefuckt haben ja die waffen nee die tromsten will ich nicht ich nehme die waffen mit sprengen was haben wir denn als beste rüstung nach also besser als geletz äh unsere halt ne keine ahnung ob ihr dann das c4 nehmen müsst das nicht verrück guck mal wenn ihr liegt auf dem boden das funktioniert brauchen wir dafür noch einen sprengzinsor oder gehts wenn das jemand auf ja 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 ja